Hallo, hier ist Rosetta Ude aus Berlin und ich möchte dir heute den VIP Affiliate Club von Ralf Schmitz vorstellen und empfehlen. Ich bin im VIP Affiliate Club bereits seit Anfang 2012 und habe da von der Pike auf gelernt, wie ich im Internet ohne eigene Produkte Geld verdienen konnte oder kann. Der VIP Affiliate Club ist ein Jahreskurs, das heißt über 52 Lektionen, in denen du Schritt für Schritt von einer Aufgabe zur anderen weitergeleitet wirst. Im Jahr 2015 und 2016 hat Ralf Schmitz den VIP Affiliate Club vollkommen umgekrempelt, neue Videos aufgenommen und so weiter und brachte dann den VIP Affiliate Club 2.0 raus. Und das Tolle war, alle Kunden, die den VIP Affiliate Club 1 hatten, konnten einfach jetzt zugreifen auf die ganzen neuen Inhalte. Und jetzt halte ich fest, gerade hat Ralf Schmitz verkündet, dass er den VIP Affiliate Club 3.0 im Januar 2017 vorstellt. Ich bin schon sehr gespannt, weil er hat wieder uns als seine Kunden die Möglichkeit gegeben, auch im VIP Affiliate Club 3.0 alle Inhalte kostenfrei weiter mitzunutzen. Und ergänzt wird der VIP Affiliate Club von Ralf durch regelmäßige Live Trainings und da haut er immer aktuelle Strategien und Taktiken raus, die er gerade wieder entwickelt hat oder wo er eben gute Erfahrungen damit gemacht hat. Außerdem gibt es immer mal wieder Aktionen, Verlosungen und so weiter. Auch hierfür gibt es eine Facebook Gruppe, in der wir uns austauschen und uns gegenseitig helfen. Ich freue mich, wenn du auch lernen möchtest, im Internet Geld zu verdienen, ohne eigenes Produkt, durch Empfehlungsmarketing, dann begrüße ich dich sehr herzlich in VIP Affiliate Club 3.0 von Ralf Schmitz. Bis dann, hier war Roswitha Ude aus Berlin. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann schenk mir dein Däumchen nach oben, abonniere meinen Kanal, damit du kein Video von mir mehr verpasst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Tschüss. 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 Vielen Dank.